Ein Jahr treibe ich mich nun schon hier in den Wäldern rum und mache regelmäßig Videos für euch. Und nun ist es auch noch soweit und ich habe 3000 Abonnenten geknackt. Das ist wirklich eine sehr große Zahl für mich. Jedenfalls wollte ich mich für eure Unterstützung bedanken und für die vielen netten Kommentare und E-Mails, die ich von euch bekommen habe. Das freut mich wirklich immer wieder sehr, eure Kommentare und eure E-Mails zu lesen. An dem Punkt möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Also ich mache wirklich gerne Videos für euch, auch wenn es nicht vielleicht jede Woche klappt. Insgesamt habe ich jetzt über 3000 Abonnenten. Das ist für mich so eine magische Zahl. Ich wollte mich eigentlich schon bei den ersten 1000 bedanken, aber dazu kam es gar nicht, weil die nächsten 2000 standen schon direkt vor der Tür. Und so schnell war ich gar nicht mit dem Video dafür. Deswegen habe ich es jetzt mal hier in Angriff genommen, das bei 3000 Abonnenten zu machen. Dazu kommt, dass ihr meine Videos über 20.000 Stunden angeschaut habt. Das ist wirklich eine Riesenzahl. Ich will nicht wissen, wie viele Abonnenten ich hätte. Würde jeder meinen Kanal abonnieren, der sich meine Videos gerne anschaut. Denn ich habe über 220.000 Aufrufe insgesamt bei meinen Videos. Und das ist wirklich eine gigantische Zahl, finde ich. Das steigt natürlich kontinuierlich weiter, aber für mich ist es aktuell eine richtig, richtig große Zahl. Und dafür will ich auch wirklich Danke sagen. In vielen meiner Videos gehe ich einfach nur raus, um die Natur zu genießen. Und häufig mache ich dann auch ein Feuer. Und ihr kennt mich ja, meistens mache ich das mit einem Schlageisen. Ich habe wirklich eine Vielzahl an Schlageisen. Das sind nicht mal alle, die ich habe. Ich habe die in einer Vielzahl verschiedener Formen. Oder hier mal so ein ganz kleines. Und so mache ich in gefühlt jedem zweiten Video ein Feuerchen. Und es gibt, glaube ich, kein Video, wo ich nicht gefragt werde, woher hast du das? Verkaufst du sowas? Oder schenk mir mal eins. Und genau das möchte ich heute machen. Ich möchte euch drei meiner Schlageisen schenken. Die werde ich nicht willkürlich verschicken, denn ich möchte jedem von euch die Chance geben, das zu bekommen. Und deswegen mache ich ein Gewinnspiel, wo ihr diese Schlageisen gewinnen könnt. Also nicht alle drei, sondern jeweils eins. Das bedeutet, ihr habt die Chance, eins von dreien zu gewinnen. Warum drei? Ich habe gedacht, ja, 3000 Abonnenten, da müssen drei Schlageisen her. Und die will ich euch auch eben mal zeigen. Und zwar sind das hier die drei Schlageisen, die ich an euch verschenken will. Das sind alles Schlageisen unterschiedlicher Formen. Alle nagelneu natürlich. Das sind also drei richtig, richtig schöne Schlageisen. Und sind alle noch nagelneu. Frisch aus der Schmiede. Und mit denen lässt sich wirklich hervorragend Feuer schlagen. Ich würde euch das gerne demonstrieren mit denen hier, aber dann werden die ja nicht mehr neu. Dieses Schlageisen ist aus demselben Stahl geschmiedet. Und wie ihr seht, das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Dann bekommt ihr obendrauf noch einen Feuerstein. Damit ihr auch direkt loslegen könnt. Und die funktionieren wirklich alle hervorragend. Hier mal mit einem kleinen Schlageisen. Seht ihr, wie schön das funkt? Dann lege ich noch jeweils ein Päckchen Zunder obendrauf, sodass ihr auch wirklich direkt loslegen könnt und nicht erst in den nächsten Wald eure Zutaten zusammensuchen müsst. Jetzt will ich euch noch eben erklären, wie ihr das Ganze gewinnen könnt. Das ist wirklich einfach. Zum einen müsst ihr Abonnent dieses Kanals sein. Und dann müsst ihr mir einen Kommentar hinterlassen. Und zwar schreibt ihr einfach Schlageisen in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch das Video ganz normal kommentieren und unten einfach Schlageisen hinschreiben. Die werde ich natürlich auch berücksichtigen. Und dann werde ich für jeden, der dieses Video mit Schlageisen kommentiert hat, eine Stimme in den Topf werfen. Da wird es aber noch eine kleine Sonderregelung geben. Und zwar werde ich für jeden meiner treuesten Abonnenten, das sind für mich die Leute, die mehr wie 10 Videos kommentiert haben, Für die werde ich natürlich zwei Stimmen in den Topf werfen, damit meine treuen Abonnenten auch eine höhere Chance haben, das Ganze zu gewinnen. Wie einer, der vielleicht denkt, den abonniere ich jetzt spontan mal, nur weil ich ein Schlageisen haben möchte. Also wie ihr seht, ganz einfach, ihr seid Abonnent des Kanals. Ihr kommentiert das einmal mit Schlageisen. Und dann werde ich irgendwann am Ende des nächsten Monats, also Ende Februar, werde ich das Ganze auslosen. Dann werde ich einmal eine Ziehung machen, wer ein Schlageisen gewonnen hat. Und dann werden wir noch schauen, welches Schlageisen zu den Gewinnern auch nach Hause kommt. Ich drücke euch natürlich ganz doll die Daumen, dass ihr auch unter den Gewinnern seid. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß bei den nächsten Videos, die kommen werden. Ich denke 2024 wird auf jeden Fall ein großes Jahr. Ich verabschiede mich. Ich drücke auf jeden Fall beide Daumen, dass ihr das Ganze auch gewinnen werdet. Und ich sage wie immer, macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.